hallo und herzlich willkommen zurück will ich hoffen denn das würde bedeuten ihr letztes mal zugesehen das würde ich übrigens echt knorke finden ja wir haben schon mal entschuldigung Paco der Paco ist natürlich auch da so wir haben uns gerade ausgerüstet wie ihr seht wir haben ich habe mir noch ein paar Sets wir haben Extractor und noch mehr wir haben Tränke gemacht große Tränke diese Tränke wir haben die Kisten sortiert drinnen das zeige ich euch mal kurz ich habe mein kleines haus gebaut das sieht ein bisschen kacke aus vorne ja es sieht echt das ändern wir noch so wir haben ein bisschen das ist noch die beta das ist noch die beta große Kisten gebaut und alles drinnen dran wir haben das hier rum experimentiert hier ist dann alles ein bisschen sortierter jetzt und Kinsey hat natürlich die Fackel nicht gut was was kam jetzt gar nichts an hier da kam so blablabla du hast die Fackel nicht du hast und wieder kam nur blablabla nein im Ernst es kam wirklich nur Kaulabisch komm zurück ja ich eile und wo hast die Fackel nicht mit wieso ich ja weil ich ja weil ich reingepackt habe weil du keine hattest wenn das so das habe ich nicht in der Linie 64 Stück okay den nehme ich gerne ja ich habe nur noch drei Tränke naja egal war es groß oder kleine die lilan ich habe acht echt her damit ups sieht voll witzig aus wie du gehst teile ich noch mal die Tränke auf ich glaube rechtsklick oder ne ich trinke auf euch Prost aus meiner Dragon Balls Tasse schick he hey wie ging denn das ich bin zu doof dafür ne das wird auch nicht so okay geht nicht egal ja komm wir ziehen los wir ziehen los ja es geht los hoffe ich ich gehe in diese Richtung ja können wir auch runter aber 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 ich muss mich an der festhalten wenn ich Angst bekomme das Problem ist dass wir keine Halträgen äh keine Halträgen keine Rüstung mehr haben ah ich brauche Fackeln 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 die mache ich mal äh auf vier große Halträgen immer schon alles ausleuchten und einfach hinten abgemuckst ähm auch hier guck oh Obsidian? diese Glowing Mushrooms nehmen wir die gleich mit die kommen auch später holen die sind auch relativ weit oben weil mein Obsidian Ding ist fast der wir brauchen erstmal Obsidian sonst warte noch mit dem abbauen sonst benutzt das Stone Ding erstmal für Iron und das hier Magnetite die brauchen wir auch noch für die brauchen wir später für diese die brauchen wir Iron Dinger die wir herstellen müssen brauchen wir diese Iron Cells oh ich habe Obsidian gefunden das ist spitze ich habe mal einen großen drauf wir haben wie lange dauert der jetzt? ach du hast einen großen? äh der dauert ein bisschen oh eine Kiste oh eine Kiste ja hau rein geh die nicht auf geh die auf hä? achso ich habe die abgebaut hä? what? okay sie ist verschwunden hm haben wir einen Erdblock davon bekommen na gut Chief mit anlackt lost the treasure chest what? ach ich habe noch einen Obsidian soll ich da noch einen großen drauf bauen? ne ich würde lieber einen kleinen drauf ne mach große da können wir dann weil wir können aus Obsidian dann noch mehr Extractor bauen sollten wir auch gut jetzt habe ich nur noch kleiner zum Beispiel okay ähm ähm ich leuchte so lange weiter die Hölle aus vielleicht ist ja noch das war es auch schon mit der Hölle ne? ja das war es auch schon da können wir unseren Keller draußen machen eigentlich ja gut dann würde ich sagen wie lange brauchen die jetzt noch? die brauchen noch ein bisschen nur ein zwei Minuten oder so ja dann würde ich sagen hm von mir die glowing mushrooms mitnehmen ja nimm mit aber ich habe nicht mehr so viel Obsidian-Ding ja egal dann wir nehmen hier noch andere Rohstoffe mit was wir so brauchen wenn wir auch nicht uninteressant aber Magneti-Dinger oder wie die heißen Magneti Magneti genau Magi-Titten was? was? was hat er gesagt? das wird ein das wird ein schönes Summen Magi Magi Magi-Schnitten ja Magi-Schnitten Magi-Titten ja Schnitten Titten? genau also ich darf doch wohl sehr bitten ich hau dich mit den Fritten ja du hast dich du hast dich doch geschnitten ähm Sandstone ich höre ich höre ich höre ich höre ich höre das Ding mit den Augen ich habe ich höre das hier überall aber ich weiß nicht dann gehen wir mal runden vielleicht finden wir mal was nö ich komme mal nach unserem Obsidian und dann ja ich bottle hier ein Loch kriegt der zwölf raus okay der hier ist fertig neun Sekunden aber der andere noch nicht leider der braucht nur noch ein paar Sekunden ich seh da irgendwas 50 Sekunden okay und geht's da oben weiter was ist das ein Ausgang da oben geht's noch hoch komm ich da hoch ohne umgehen da geht's äh ja wieder hoch ne andere Seite geht's hoch bei dir ja aber da geht's auch hoch echt gucken wir doch mal wenn's da hoch geht geht's da hoch vielleicht lügt der Kinsey auch man weiß es nicht nein der lügt nie nein das macht er nicht das ist schon mal gelogen nein der lügt nie was hab ich dir von erzählt lügen können äh Traumata verursachen die ein Leben lang andauern eine Lüge kann schon eine genau ah ah das in unserem Haus ist aber richtig direkt wer weiß wo ist da noch so ein Arxdauenträger ist direkt oder was oh da ist ein Nightpixie Stirb Extractor sind fertig lass uns mal noch ne Höhle suchen hast du schon fertig gebastelt ja ja hab jetzt 24 ne ja super von den besseren nehm ich an davon brauchen wir nachher schon noch welche bam 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 ich würde gerne noch ein bisschen was gucken ich will jetzt nicht die ganze Zeit ähm ach ja ach ich mitbekommen habe sag mal wir wollten doch in die Wüste gehen lass uns mal bitte die Wüste besuchen komm rüber komm rüber komm rüber weiß ich noch nicht da sind auch guck mal wie viele Höhlen da sind Höhlen da sind du musst mal nach links genau da in die Wüstenhöhle oh du bist grad voll abgehackt alter was ist denn los mit deinem Internet ich weiß es nicht du bist abgehackt ich bin abgehackt ich hab dir gleich mal was ab bitte was was weil ich Hunger habe was macht denn der hier die Dinger stehen doch das hier eben drum aber ein bisschen Sand müssen wir auch mitnehmen ich brauch noch Fenster mach das mal weil ich will wir teilen das ein bisschen auf wir nehmen nur nicht dass jeder einen Inventar voll hat obwohl wir eigentlich noch Platz aber trotzdem das hier ist aber nicht Minecraft Waro das ist doch nicht Minecraft Waro Willkommen im schönen Reich was warte mal warte mal bleib mal da bleib mal zurück bleib mal zurück bleib mal zurück und da fackeln damit wir wissen wo wir zurückkommen das X markiert die Stelle vom Teleporter hast du einen Teleporter im Haus gesetzt? ne du dachte ich oder ne doch ich bin im Haus gespawnt mein Teleporter muss also im Haus sein ja guck mal hinten da ich dachte das wäre ne fucking Wüste was ist das hier das ist keine Wüste das ist irgendwas anderes das ist ne Höhle ja hab ich auch gesehen wow ich wär fast so runtergefahren gehen das auch noch runter wo bist du denn jetzt kommst du kommst du kommst ich bin oben hier unten ist auch noch oben hier oben blablabla blablabla lass mal lieber zusammenbleiben lass mal Rüstung wer weiß was hier unten noch rumhängt also manche Leute wissen das von uns ja Autsch ich weiß nichts naja hätte mich auch gewundert hier ist nichts das ist auch schon wieder hier ist nichts warte mal hier ist ein Mushroom vielleicht wenn wir hier buddeln vielleicht finden wir da ja irgendwas ja in der Nähe von Navan sind die am Anfang das mag sein ja was ich krass finde ist ich muss ja immer wenn ich hier irgendwas für die Thumbnails erstellen will ja jetzt auf der anderen Seite auch nochmal jetzt auf der anderen Seite muss ich mir alle Bilder die ich brauche aus unseren Videos rausdehren was es gibt keine Bilder von dem Spiel nur irgendwas von dem krass es hat es gibt keine Fanarts es gibt nichts es gibt nicht mal Gerüstungsteile oder so Alter wie viele Glowing Marshmores sind hier bitte hi hehehe was hast du denn hast du einen gefunden hier ist eine fette Krabbe uuuuuhh Krabbe 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 ich sehe dich durch die Wand da muss man langsam herkommen er ist wohl hier ist tief runter hier ist richtig tief runter KC ja ich spring mal auf die Korallen wo bist du denn? warum geht's denn da runter? wo geht's denn da runter? hier hallo Moment Moment was hast du hier gefunden? wir laufen erst mal nach rechts und erst mal nach rechts und erst mal nach nichts das macht mich wahnsinnig dieses Spiel saugt so am Internet ja Moment hier lass mal zusammen hier runden runter hier geht's richtig tschüss naja der mag es ein Monster der mag es tief wo geht's denn tief da ist ein Monster da ist ein Monster da ist ein Monster da ist ein Monster ja stimmt da ist ein Monster ja stimmt kriegst du den Platz? äh geh weg da kann er nichts leck des Todes leck ja eben kaputt wir brauchen noch eine Magnetide wir brauchen die brauchen die wir brauchen die dann kommen wir schon viel länger vor echt? nö das wäre ich noch keine Ahnung oh das ist ein Schuss da ist ein Schuss ich würde sagen wir gehen aber nicht zurück da wir gehen aber nicht zurück da wir machen dann hier unten weiter machen dann hier kurz einen Cut und speichern das irgendwie zum Notbuddeln wir uns ein ja das kriegen wir hin das kriegen wir hin geht's aber tief oh da komm da stehst du da drauf hm auch was auf dich ja das auch ich hab mich schon Sorgen um dich gemacht durch ein paar Tage nichts von dir gehört ja Stress gehabt Stress 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 sag mal gibts nicht wenn du sagen wo absteht der an oder was aber nicht dass du nicht dass du dass du krank wirst vom stress ne nein aber du weißt ja hab ich dir auch erzählt ja Orgasmen bei einem Mann machen ihn gesund ja das stimmt ja das ist richtig ach du scheiße bitch boah wie viele glowing marschungen hier gibt's hier oh krass hier gibt's ja nicht mehr hier gibt's auch oh 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 Hubschi oh nein oh der hat mich geblendet ich sehe nichts mehr Tinsi 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 pass auf da sind zwei Monster ich hab einen Platz da kommt die fette Krabbe ja ich glaub ich werd von dir gehauen ich lauf einmal geh mal weg lauf einmal jetzt ich hab alles tot was hier ist oh noch ein Miru Ei ok noch Heide ich bin Heide ja ich hab ihn dran genommen jetzt aber er macht auch nicht geschahen für keine Rüstung das geht nun die Schwerter so schon im da ja h h h h h h h richtige Bereicherung geschwerte sag mal was ist das für eine Höhle wir haben noch gar nicht gesehen hier na das ist schon geil aber kein Obsidian ne ne Obsidian ist immer weiter oben habe ich das Gefühl unten ist Eisen aber hier ist doch nicht schon Eisen auf der Höhle von Glowing Mushrooms ne ne müsste doch eigentlich noch Obsidian sein ne ne oder nicht ich mein wenn wir Eisen finden wär auch ok das reicht ich mein wir haben ja Extractor hier ist doch Obsidian oder? ja hab ah geil endlich ähm warte können wir uns nochmal ja ich weiß nicht sollen wir uns wirklich noch Obsidian Rüstung machen? ich würde sagen wir machen uns einfach wir machen uns einfach wir machen uns einfach jeder zwei das nicht Dinger da das zählt wir können noch mehr machen wir brauchen nicht so viel ich hab jetzt gleich den hab ich 30 wir haben noch glaube ich ein paar ich weiß nicht aber dann sollten wir uns zumindest ein paar Tränke machen wenn wir schon keine Rüstung haben ja ich hab bisher noch keinen einzigen verbraucht ah ich schon hier ist noch hier ist noch Obsidian Note komm her ich würde gerne noch ich würde gerne noch ne Obsidian direkt neben der Fackel mein letzter Extractor Tractor ok was der letzte Extractor hast du grad gesagt der letzte Extractor? ja hier du hast doch 24 hast du doch gesagt ich hab nur 2 kleine und 2 große nein 24 Obsidian Achso dann hast du jetzt nur noch kleine Extractor keine ja dann setz ich hier bei der Obsidian Note wir sind auch leer ja dann nehm ich jetzt meinen Extractor ich hab zwar auch nur die kleinen aber egal Ja, ist egal, hau rauf. Ja, ich würde sagen, wir nehmen noch eine Mining Cell, weil ich würde noch gerne diese Glowing Mushrooms so viel wie möglich mitnehmen. Ja, du, da reichen 99 Stück, glaube ich. Und was? Von den Glowings? Ja. Hast du? Nee, würde reichen, wenn wir die haben. Locker, also ein Stack und gut ist. Ja, aber ich friss die Dinger. Du friss die? Ja, mach doch lieber Tränke davon. Später. Warte, könnte ich auch machen. Wäre vielleicht so voll, war? Ja gut, dann fresse ich mal Tränke. Fackeln mache ich mal auf 1. Und noch 76 Fackeln. LOL. Habt gerade mal ein Obsider. Das Ding ist irgendwie auch langsamer, kann das sein? Ja, glaube ich auch. Dann würde ich sagen, machen wir kurze Folgenpäuschen, bis die fertig sind. Jo. Die sind eh bei 15 Minuten gleich. Absidien. 20. Okay, dann echt, da ist eine Hau drauf. Ich kann ja schon mal rendern. Äh, rendern, ja. Der Textrechte kann rendern. Dahinter ist noch einer. Hast du noch einer? Echt? Noch einen? Stimmt, da ist noch einer dahinter. Wie viele hast du noch von den Kleinen? Jetzt noch 6. Oh, falsche Taste. Krass, dass du so viel hast. Ich weiß auch nicht, wo ich die herab. Okay, gut. Dann bedanken wir uns erstmal an der Stelle fürs Zusehen. Bis dahin viel Spaß und tschau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.